Ja, willkommen hier heute im neuen BMW 530e, zwar kein reines Elektrofahrzeug, aber mit Hybridantrieb und heute ganz besonders auch mit Smart Home an Bord. Das können wir hier sehen, Smart Home verwendet das BMW Connected Drive und ja, hier haben wir die entsprechende Oberfläche, die man per Touchscreen bedienen kann, aber auch mit dem entsprechenden Drehknopf unten in der Konsole. Wir starten jetzt hier einfach mal unsere Reise und verlassen das Zuhause. Dazu gehen wir einmal zurück und sagen Abwesend aktivieren. In diesem Moment wird jetzt das Zuhause auf Abwesend geschaltet. Der Hauscheck wird durchgeführt und wir sehen, die Rosinen werden runtergelassen, ein paar Lichter zur Anwesender Simulation eingeschaltet und der Kollege war so freundlich, uns zu unterstützen und hat uns gerade mal einen Alarm ausgelöst. Und das können wir jetzt entsprechend hier sehen, dass wir hier den Alarm auch während der Fahrt auf dem Bildschirm kriegen. Wir können ihn jetzt zunächst erstmal ausschalten und dann weiter nach dem rechten schauen, im Nachrichteneingang, sehen wir hier nochmal, dass das Alarmsystem aktiviert wurde. Und das ist das Alarmsystem aktiviert. 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 Bis zum nächsten Mal.